Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.